Kreislaufwirtschaft ist bei uns in der Otto Group schon ganz fest in der Nachhaltigkeitsstrategie verankert. Wir sind davon überzeugt, dass Kreislaufwirtschaft und auch zirkuläre Produkte einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, dass wir in ein neues Wirtschaftssystem kommen, das innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Also so, dass wir die Ökosysteme nicht überstrapazieren und die Lebensgrundlage der Menschen erhalten können. Das Ziel dabei ist es, dass wir Kreislaufwirtschaft und die Prinzipien, die dahinter stecken, fest in unsere Kernprozesse verankern. Also von der Materialauswahl, dem Design der Produkte bis hin zu Rücknahmesystemen. Hier bei Manufaktum zum Beispiel wird Langlebigkeit ganz groß geschrieben. Man sieht, dass die Produkte so gestaltet sind, dass sie von sehr hoher Qualität sind, was sie automatisch länger nutzbar macht. Darüber hinaus bietet Manufaktum auch Ersatzteile für die Produkte an und sogar einen eigenen Reparaturservice. Natürlich gibt es noch sehr viel zu tun und wir stehen hier noch ganz am Anfang. Wir sind aber bereit, als Otto Group den Weg von der Wegwerfgesellschaft in eine Kreislaufgesellschaft mitzugehen, mitzugestalten und hier auch ganz klar Verantwortung zu übernehmen.